Hi, schön, dass ihr da seid. Um einmal kurz alle aufzuholen, wer hier eigentlich vor der Kamera sitzt, würde ich euch bitten, euch einmal vorzustellen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sonja, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Hamburg und bin auch Gründerin von Shopisticated. Ich bin Maike, gehöre auch zum Dreiergespann von Shopisticated. Kira ist heute leider nicht da, aber ich komme auch aus Hamburg und bin mit bei Shopisticated dabei. Und mittlerweile haben wir eben auch ein Schuhlabel gegründet, das Shopisticated Collection heißt. Sehr schön, das geht immer weiter vom Blog hin zum eigenen Label. Ihr habt ja relativ jung gegründet während des Studiums. Welche Chancen und welche Risiken seht ihr denn für junge Gründer? Ich glaube, es gibt super viele Chancen und super viele Risiken. Man muss einfach so ein bisschen schauen, dass man von beiden so, also von den Chancen natürlich das meiste ausschöpft. Und die Risiken so gering wie möglich hält. Aber ich finde, gerade wenn man jung ist, würde ich es einfach wagen. Also ich finde, da überwiegen einfach die Chancen und die Möglichkeiten sollte man immer ausnutzen, weil das haben wir immer gesagt. Wir hätten uns sonst gefragt, was wäre gewesen, wenn und wir hätten es eigentlich nur bereut, wären wir bestimmte Risiken nicht eingegangen. Ich würde auch sagen, die größte Chance ist, als Gründer an sich selbst zu wachsen. Und wir sind halt mega ins kalte Wasser gesprungen und haben einfach so viele Sachen gelernt, die wir niemals in einem Unternehmen gelernt hätten. Von daher, für mich überwiegen halt auch immer eher die Chancen. Und bei den Risiken kann man ja auch mal ein Auge zudrücken. Oder man hat halt eine Schlaflose Nacht und hat dafür vielleicht was ganz, ganz Tolles gewagt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch gerade die positiven Sachen, die überwiegen dann, wenn man mal was geschafft hat, wenn der erste eigene Schuh dann da ist. Das ist ein Gefühl, das kann einem niemand nehmen. Ich würde einmal euch ganz kurz fragen, welche drei Tipps könnt ihr denn jungen Gründern mit auf den Weg geben? Ich würde auch auf jeden Fall sagen, Durchhaltevermögen. Was ich super wichtig finde und auch schon in unserer Diskussionsrunde eben aufgekommen ist, ist Dankbarkeit. Ich glaube, das hält einen einfach auf den Boden und man hebt halt nicht so schnell ab. Und hast du noch einen? Zum Thema Dankbarkeit. Es beflügelt halt auch extrem. Also es macht super, super glücklich und man hat sehr, sehr viele Erfolgserlebnisse und das hält einen so ein bisschen am Ball. Und Struktur, was unser Dreiergespann auf jeden Fall auch jeden Tag so ein bisschen wieder beweist. Struktur ist super wichtig, damit man einfach nie das Ziel aus den Augen verliert, aber auch irgendwie seinen Alltag bestmöglich und die Kapazitäten, die man hat, bestmöglich einsetzen kann. Gibt es denn eine Sache, ihr klingt jetzt schon so sehr erfahren mit der ganzen Struktur und so, also eine Sache, die ihr anders gemacht hättet oder die ihr ja heute anders machen würdet als zu dem Zeitpunkt, als ihr gestartet habt? Ich glaube, man sagt ja auch immer, man soll alles genauso machen, weil auch aus jedem Fehler lernt man extrem viel. Das Einzige, was ich vielleicht wirklich anders gemacht hätte, ist, Instagram früher ernst zu nehmen. Also gerade in unserer Branche. Wir sind mit dem Blog gestartet und haben ganz klassisch einfach Blogbeiträge redaktionell verfasst und haben die Wichtigkeit von Instagram, ich würde sagen, für den Zeitgeist vielleicht schon fast ein bisschen zu spät erkannt. Ich glaube, dass da hätten wir uns noch besser früher positionieren können. Aber ansonsten bin ich eigentlich über jeden Fehler im Nachhinein glücklich, nicht in dem Moment, aber im Nachhinein eigentlich auch sehr, sehr glücklich, dass wir das geschafft haben und darüber hinaus gewachsen sind. Und das sind dann bestimmt auch wieder irgendwie so die Risiken, die man überwältigen muss. Also das gehört ja auch mit dazu. Woher wusstet ihr denn, ihr habt während des Studiums gegründet, woher wusstet ihr, dass die Idee gut ist, dass ihr damit jetzt starten wollt? Wir haben einfach super schnell schon sehr viel positives Feedback bekommen. Also ich glaube, wir waren halt so, dass wir rausgegangen sind in die Welt und uns vorgestellt haben und gesagt haben, wer wir sind, haben uns auch Unternehmen vorgestellt oder PR-Agenturen. Und das Feedback war einfach so schnell, so gut. Wir haben innerhalb von einem halben Jahr die ersten Kooperationen gehabt, die am Anfang natürlich ohne Budgets waren, sondern halt auf Produktbasis. Und daraus hat sich sehr, sehr schnell dann halt auch ein Budget entwickelt. Die Unternehmen mussten, ich glaube, damals auch erstmal noch in das Thema reinwachsen und Budgets freischaufeln für quasi die neue Nische, die da entstanden ist. Und dadurch haben wir halt einfach gemerkt, wir haben sehr schnell gute Jobs bekommen und das war quasi sozusagen schon das Ergebnis unserer Arbeit. Und dadurch wussten wir halt einfach, dass wir damit weitermachen können. Jetzt kann man ja aber nicht unbedingt nur mit Produkten überleben sozusagen. Wie habt ihr euch von Anfang an finanziert? Ihr hattet ja jetzt auch erzählt, dass ihr jetzt davon leben könnt. Wie ist diese ganze Anfangsfinanzierung vonstatten gegangen? Dadurch, dass wir das ja neben dem Studium gemacht haben, war es eigentlich so, dass das nicht unser Hauptjob war, sondern wir hatten Nebenjobs ganz klassisch. Wir haben gekellnert, haben im stationären Handel beispielsweise im Verkauf gearbeitet und so haben wir uns finanziert. Und alles, was wir für das Unternehmen erwirtschaftet haben, haben wir einfach für das Unternehmen erwirtschaftet, um uns eventuell später zu einem Zeitpunkt, wo wir uns schon so ein bisschen klarer sind, in welche Richtung es gehen könnte, das vielleicht für uns irgendwann einzusetzen. Und das war eigentlich ein super gutes Gefühl, für etwas zu arbeiten, was potenziell haben kann. Und so hatten wir nicht zu Beginn oder auf einem Punkt mal wirklich den Druck, viel Geld zur Verfügung haben zu müssen, weil wir schon so einen gewissen Puffer angespart hatten. Und dann war das, wie unsere ganze Gründungsgeschichte, auch so ein bisschen so ein schleichender Prozess. Also es war nicht von heute auf morgen, sondern so ein bisschen, wir konnten uns da rein, ranwagen. Und das war dann vom Gefühl her sehr, sehr viel einfacher. Und was ich da auch noch hinzufügen will, ist, wir hatten halt kein Produkt. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie ein Startkapital brauchten, um was zu produzieren oder Sponsoren brauchten, um eine Software zu entwickeln und so weiter, sondern wir haben uns quasi gehabt, wir haben Fotos von uns gemacht, wir haben Beiträge geschrieben, die uns wichtig waren. Und das kann man ja eigentlich auch ohne Kapital oder vor allem auch ohne Startkapital. Natürlich mussten wir irgendwann einen Techniker dazu holen, einen Steuerberater bezahlen und so weiter. Aber das waren halt eher kleine Beträge, die wir quasi am Anfang brauchten. Also eigentlich wart ihr euer eigenes Kapital, wenn man so will. Ja, genau. Wir waren das Produkt. Genau. Aber also ist ja auch eine total, mittlerweile auch vollgängige Art tatsächlich. Wie seht ihr denn die Vor- und Nachteile dieser Finanzierungsart, also sein eigenes Kapital zu sein sozusagen und unabhängig von jemand anderem sein zu können und dürfen? Also Vorteile gibt es so, so viel. Ich glaube, ich kann mittlerweile gar nicht mehr, also wenn ich daran denke, dass ich irgendwo angestellt sein müsste, dann graut es mir. Deswegen sein eigener Chef zu sein, ist ein sehr, sehr großer Vorteil, würde ich sagen. Hast du noch was? Ich finde auch, die Freiheit überwiegt auf jeden Fall. Also einfach das Gefühl, für etwas zu arbeiten, für das man selber brennt und einfach sein eigener Chef zu sein, das ist einfach unbezahlbar. Also wenn man für das Produkt oder für die Dienstleistung, für das Unternehmen brennt, dann kann ich das nur jedem ans Herz legen, da wirklich den Schritt zu wagen. Es klingt jetzt eure ganze Gegründungsgeschichte so, als ob immer alles total glatt gelaufen ist. Vor welchen Schwierigkeiten standet ihr denn in den letzten Monaten oder Jahren? Es waren eigentlich eher so Absprachethemen, die uns vor einige Problematiken gestellt haben. Also dadurch, dass es alles so ein schleichender Prozess war, sind wir in alles so ein bisschen reingewachsen und haben gemerkt, okay, irgendwie das mit den Absprachen funktioniert nicht, wenn Sonja morgens joggen geht oder sich mit ihrer Mama trifft und ich versuche gerade die Buchhaltung zu machen. Also es waren eher immer so Absprachethemen, was wir aber alles einfach perfektioniert haben. Und das waren so kleine Hürden, die überwunden werden mussten. Und je professioneller das wurde und desto größer das wurde, waren das auch Dinge, die dann irgendwann einfach zu dem täglich Brot wurden und das dann einfach so fast wie von alleine vonstatten ging. Als eine große Hürde würde ich nochmal sagen, weil für uns ist es zum Teil schwierig, Sachen abzugeben. Ich glaube, das hat fast jeder Gründer. Aber wenn es dann darum geht, dass man gut beraten wird durch beispielsweise Steuerberater, da sollte man sich auf jeden Fall nochmal richtig, richtig doll drum kümmern, weil wir hatten letztes Jahr einen Fall, dass unser Steuerberater von damals uns sehr schlecht beraten hat und Sachen unter den Tisch fallen lassen hat, die wir eigentlich per Post hätten bekommen müssen. Also das war, würde ich sagen, in unserer Geschichte, in unserer Laufbahn so das Schwierigste, was wir letztes Jahr sehr gut überwunden haben, weil wir eine ganz, ganz tolle neue Steuerberaterin haben. Und vielleicht einmal konkret dazu, wie seid ihr denn da vorgegangen, als ihr jetzt quasi erfahren habt, dass es da wohl Problematiken mit dem alten Steuerberater gab? Wir haben uns tatsächlich direkt an Svenja, unsere Haspa-Beraterin, gewendet. Praktisch. Die hat in der Zeit sehr oft von uns gehört, würde ich mal sagen. Und sie hat uns ein paar Steuerberater sozusagen vorgelegt, von denen sie weiß, die super gut sind. Wir haben uns aber auch selbst bei unseren Kolleginnen einfach umgehört und haben dann einfach abgewogen, haben mit vielen Steuerberatern dann gesprochen und haben uns dann quasi, ich würde sagen, das war Bauchgefühl, aber auch Know-how für die Richtige entschieden. Und ich kann noch ergänzend dazu sagen, ich glaube, wenn man davon spricht, dass man Aufgaben abgibt, ist es super wichtig, mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen man zu eine Million Prozent vertrauen kann, weil ansonsten funktioniert es halt einfach nicht. Und das ist auch irgendwie so das Allerwichtigste. Und das heißt, ihr drei könnt euch vor allem zu 100 Prozent oder eine Million Prozent vertrauen. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, wie seid ihr denn zusammengekommen überhaupt? Wir haben Bekleidung, Technik und Management studiert und uns da, wie der Zufall so will, im Studium kennengelernt und relativ schnell festgestellt, dass wir die gleiche Leidenschaft haben. Und dann kam wirklich eins zum anderen. Also ich würde sagen, es war Schicksal und wir sind sehr happy darüber. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr da wart und auf weitere viele schicksalshafte Jahre. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.